So Leute, ähm, genau, ich wollte hier alles abbauen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht hier. Wir bauen gerade mit meiner geliebten Wolle ab. So. Zack, 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 zack. Ui, auch ein echt fett Kohli. Also, ich muss sagen, an Kohle mangelt es dem Spiel nicht. Wir haben hier echt so viel, das ist schon unglaublich. So, ich brauche jetzt mal hier so eine kleine Brücke hin. Perfekt, haben wir alles und so. Wir haben mal diese Höhenexpedition hier. So. Sollen wir die hier lassen? Nein. Ich weiß, dass ich hier war und das ist... Äh. Da oben, schon wieder Kohle. So, wie sollen wir da dran kommen? Ganz einfach. Wir machen den hier. Mein Special Move. So, äh. Ja, verlass mich. So. Zack, komm. Und jetzt haben wir es auch schon wieder. Äh, ja. Ich hab noch mal. Ich hab noch mal. So. Ah, die Fackeln, die brauchen wir noch. Die können wir hier nicht so liegen lassen. Wir haben nur noch zwei Fackeln. Das wäre unser Todesurteil. Obwohl, nein, wir haben ja noch Holz, meine ich. Nee, haben wir kein Holz. Wir hatten da auch noch Holz eingesammelt. Das habe ich mir nicht wieder geholt. Fällt mir gerade ein. Scheiße. Wir hatten jetzt vier Holz oder so. Wir hatten jetzt auf jeden Fall mehr. Komm, mach ich uns fünf. Wir hatten auf jeden Fall, ich weiß noch ganz genau, dass wir noch Holz abgesammelt haben. So, es geht jetzt hier runter. Für uns. So, wir sind jetzt gerade in der... Nee, wir sind auch nicht in der großen Höhle. Wir sind in der mittleren Höhle. Ich glaube sogar den Eingang zur großen. So, wir werden jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen. Ich werde nochmal abspeichern unseren ganzen Items. Fehler, 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 Fehler. So. Warum mache ich nicht einfach so, ganz ehrlich? Oh, unsere Lichtquelle schwindet. Nein. Super. So. Da noch die beiden. Da noch die vier. Aus vier werden mehr. Zack. Zack. Und zack. So, jetzt sind wir hier in diesen... Ist das etwa Gold? Leute, ich glaube, wir haben unser erstes Gold gefunden. Es ist Gold, meine Freunde. Es ist Gold. Es ist Gold. 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 Supi. Wir haben Gold. Das ist super gut. Unser erstes Gold. Ist zwar nur einer, aber... Einer ist schon der Anfang, ne? Mh-mh. So. Äh. Den nehmen wir jetzt einfach mal an uns hier. Jetzt gerade. Und hier ist wieder Dings. So. So. Da hier Gold war, habe ich wieder große Erwartungen in dieser Höhle. Dass es noch mehr davon gibt. So. Ähm. Davon. Davon. Mal ein bisschen davon. So. Komm schon. Oh. So. Wir dürfen die Dings da nicht lassen. Wir müssen hier echt sparsam sein mit den Fackeln. So. Die brauchen wir. Warum mache ich das nicht einfach zu? So. Äh. Zack. Komm. Komm schon. Komm. Mann. So. Jetzt geht's weiter. Wie, dann nehme ich denn schon auf? Ich nehme schon bestimmt lange auf. noch mehr davon. Äh. Wir hatten doch gerade noch hier was gesehen gehabt. Irgendwann. Hier war doch gerade noch was. So. Äh. zack. Ja. Dann nehmen wir das mal. Einmal. Ja. Hier gehen wir auf jeden Fall noch mal kurz runter. Wir bauen jetzt hier nochmal einen Weg hoch. und markier den. So. Ah. Jetzt hakt er gerade ein bisschen. So. Das ist unser markierter Weg. Das ist natürlich hier Jackpot. Das ist unser markierter Weg. Das ist unser markierter Weg. Das ist unser markierter Weg. Und hier ist die Freude immer sehr begrenzt. Also sie hält sich immer so ein bisschen in Grenzen. Und freut sich zwar. Aber. Man denkt jetzt auch nicht so. Dass es so weltverändernd ist. So. Ich hab keine. Oh. 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 Wir müssen jetzt erst mal hier mehr finden. Was ist das? Das fängt wieder an zu haben. So. Ich glaube da geht es auch gleich wieder so. Ne. Gibt es nicht. So. Einmal hier kurz die Höhle beleuchten. Ich hasse es, wenn es so viele verschiedene Wege gibt. So. So. Da bin ich wieder. Hm. Na ich hab's nochmal ausgemacht. Und nochmal neu gestartet. Weil er wieder angefangen hat rumzuspacken. Das braucht man doch nicht, oder? Ihr wollt's nicht. Ich will's nicht. Deswegen einfach mal neu starten. Und dann hat sich das Problem schon. So. Äh. Ja. Das haben wir jetzt auch. Jetzt einmal hier anleuchten. Wo wir gerade sind. So. Das freut mich, dass wir jetzt nichts mehr haben zu gucken. Äh. Also. Keine Fackeln. Nehmen wir die wieder mit. Erstmal das hier abbauen. Bevor es nachher. Bevor wir es vergessen. So. Zack. Zack. Und da haben wir wieder unser. Äh. Unser. Unser. Paradies hier. Nein. Ich wollt die noch nicht setzen. So. Also. Also ich möchte auf jeden Fall. Ein Diamant wenigstens finden. Obwohl wir da noch nichts mit anfangen können. Aber einfach mal so. Yeah. Wenn man es einfach mal so ein bisschen hat schon. Wir finden bestimmt einen Diamanten. Einen mindestens. Aber vielleicht ein Smaragd. Wäre ich auch schon ziemlich glücklich drüber. Ein Smaragd. Die. Die sind lustig. So. Jetzt muss ich gerade diese Technik hier anwenden. diese. Und diese. Und diese. Kacke hier. Ich nehme mal eine Fackel mit. Ein Moment. So. Einen Moment. Ich weiß. Ihr seht jetzt vielleicht gerade wieder nichts. Ich aber. so. So. Machen wir hier rein. So. Und den können wir direkt mitnehmen. Jetzt haben wir wieder vier Fackeln. Und können unsere Reise weiter antreten. So. Das haben wir jetzt auch. Ja. Es ist. Manche mögen es nicht. Manche mögen es in Höhlen. Immer was abzubauen. Ich selber muss sagen. Ich gucke ja viele Gronkhlet's Plays. Also immer wenn ein Höhlen ist. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag diese Höhlen. Let's Plays nicht. Weil die sind einfach ziemlich langweilig. Finde ich zumindest. Aber wenn ihr euch das angucken wollt. Und euch das interessant findet. Dann guckt es einfach an. Aber wenn ich ganz ehrlich. Ich bin nicht so der Typ. der gerne in Höhlen rumgräbt. Aber es gehört natürlich mit zum Spiel dazu. Und. Ja. Das sollte man akzeptieren. So. Äh. Äh. Ah ne. Das war schon richtig. So. Hm. Na. Hier geht's wieder weiter. Bauen wir das mal hier. Ab. So. Jetzt einmal hier nochmal. Ich hab gar keine Schaufel. Die sollte ich mir auch mal langsam anschaffen. Aber wir haben jetzt bald genug Eisen. Und dann passt das schon. Und dann haben wir jetzt schon glaube ich. Ja auf jeden Fall. Aber die bauen wir natürlich trotzdem weiter ab. Ne. Man kann ja nie genug davon haben. Von der Kohle. Ich hab auch viel Kohle. Ich hab auch viel Kohle. Viel Kohle sogar. Guck mal mein ganzer Kohle ey. Dafür könnte ich mich voll viel kaufen. Mit Willen der Kohle. Gut. Da geht's nicht weiter. Supi. Supi. Dupi. Dupi. Du. Einmal hier raus. Einmal hier. Genau. So. Hier sieht's jetzt gerade wieder nix. Nehme ich an. Ja ich bin ein bisschen geizig was die Fackeln angeht. Ich hab keinen Bock mehr neue zu machen. Ich will die Kohle behalten. Weil der versteht was ich meine. So. Die nehmen wir jetzt auch wieder mit. Da haben wir sie. So. Äh. Jetzt hier hoch oder? Also ich würde sagen ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen weiter los. Mal gucken was ist hier alles so nice. Aber einmal hier die krieg ich noch. So. Du magst mich. Ah.